So eine Stimmung hier. Unglaublich. Unglaublich. Who am I? Who are you? Who are we? Große drei Fragen meines Albums, ID und auch dieser Tournee. Und eines der Dinge, die uns sicher prägen, die unsere ID irgendwie auch mitgestalten, ist die Vergangenheit, also die Kindheit, die Jugend, das Land, die Regionen, wir haben die ganzen Fahnen hier gesehen und auch das, was als Kind alles, auch psychologisch und was für Talente oder was auch immer, entwickelt. Und ich würde gerne heute Abend ein paar ganz, ganz alte Songs herauskragen. Wir haben für die Nostalgiker, die unbedingt nochmal umkicken wollen, auf der linken Seite ein Basalitäter für den Bootkeeper. Und falls einer von euch diese Songs dich hören will und auch nicht kann und kotzen muss, die hätten wir auf der rechten Seite ein paar Einwandeln können. Ich hoffe sehr, dass wir wieder da landen, nicht mal da, sondern dass ihr einfach da bleibt, wo ihr seid. Und vielleicht, ich glaube, ich komme zu euch, oder? Ja, ich hoffe, dass wir ein bisschen näher kommen. Mensch unter Menschen. Ich suche mir jetzt die strahligsten Gesichter aus. Oh, das ist die Fähigkeit. Schöne Lächeln habt ihr alle. Wow, habt ihr ein Schick gemacht. Oh, ein neues Profan. Ah, die Kinder auch mitgebracht, super. Wo können wir denn hier... Hey, Holland ist auch hier. Hey, Thor. Super. Servus. Du hieß Buhl, ne? Oder wo kommt ihr hin? Aachen. Aachen. Aachen ist ein Aachen. Hallöchen. Das sieht doch nach einer Menge netten Menschen aus. Hallöchen. Du, hierherin. Kann ich mal kurz hier auf die Stühle... Ich hoffe, jetzt habe ich nichts dagegen, wenn ich auf eure Jacken trete oder so. So. Ah, jetzt habe ich einen Augenblick. Das ist... Das ist gut. Und ich sehe hier meine Handys. Die Handys haben auch so eine schöne Leuchtfunktion. Ich glaube, das wird ein ganz tolles Bild machen. Lasst mal eure Lichter sehen. Ja. Okay. Es kann sein, dass ich den ein oder anderen Textvergesser habe. Aber ihr werdet mir helfen, okay? Okay. Do you really remember that time? Hallo. Hallo. Du bist aber ein süßes Ding. Wie heißt du? Und wie alt bist du? Wie alt bist du? Neun. Neun? Boah. Also... Ich weiß nicht. Ich glaube, die Jugend sind nämlich enorm aus. Ne? Meine Altersversorgung ist, glaube ich... da. Ja. Könnt ihr euch noch an sowas sehen, ne? Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020